Ja, hallo liebe Yolanda. Du warst ja heute den ganzen Tag bei Alexander Vitocco auf seinem Hof. Wie war das für dich? Oh, es war fantastisch. Also ich bin echt ziemlich erstaunt, was ich hier alles mitbekommen habe. Vor allen Dingen, wie man sich mit Erfolg, am besten vor allen Dingen von der geistigen Perspektive, mit den Erfolgsmutrizen hier auseinandergesetzt hat. Das hat mich schon ziemlich beeindruckt, auf jeden Fall. Ja, super. Was waren für dich die Highlights? Kannst du dazu was sagen, wo du sagst, wow? Ja, die Highlights waren vor allen Dingen, dass ich nicht nur Techniken an die Hand bekommen habe, sondern dass ich auch live sehen konnte, wie man das auch praktisch anwenden kann. Und das war wirklich super, weil ich halt einfach immer gesucht habe, wie man das auch im Alltag gut umsetzen kann und ich dann einfach für mein Unternehmen auch nutzen kann und für meine Mitarbeiter vor allen Dingen auch. Ja, klasse. Was hast du für ein Unternehmen? Ich bin Internetmarketerin zurzeit und ich mache Informationsprodukte im Internet. Und für mich ist natürlich dann auch sehr wichtig, dass ich dann auch in dem Bereich ja auch erfolgreich bin und eine erfolgreiche Unternehmerin. Ja, das hast du klasse gesagt. Und dann ist es natürlich ganz toll, Alexander hat es ja auch sehr schön rübergebracht, die Erfolgsmechanismen. Das ist wahr, ja, auf jeden Fall. Also ich bin absolut begeistert. Ich freue mich auch auf jeden Fall, dort auch anzusetzen und jetzt auch alle diese ganzen Erfolgsprinzipien, die ich hier mitbekommen habe, Schritt für Schritt umzusetzen, damit ich das wirklich auch vollends einfach mit meinem Geist praktisch auch umsetzen kann, ja, also im Alltag. Ja, super. Ja, klasse. Man spürt ja förmlich deine Begeisterung. Finde ich ganz, ganz toll. Ja, vielen Dank. Ich bin absolut begeistert. Also ich freue mich, ich bin super motiviert. Also ich merke auch für mich, wie es auch wirklich sprudelt und ich einfach die ganze Zeit irgendwie mit Gedanken fließen. Und ich bin einfach froh, dass ich einfach auch hierher gekommen bin und diese Chance hier genutzt habe, das einfach auch mitzuerleben, wie man einfach hier wirklich inspiriert wird. Das ist einfach fantastisch. Ja, das hast du schön gesagt. Einfach die Chance nutzen. Ich sage immer, Chancen gehen nie vorüber. Man muss sie einfach anpacken. So ist es, ja. Ja, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg und alles Liebe für dich. Danke dir auch. Danke. Tschüss, Yolanda. Ciao.